Der Holzspalter Dogma SF80 Rapid 220 20 zeichnet sich durch seine Innovation und seine Funktionen aus, konzipiert für diejenigen, die eine effiziente und sichere Lösung zum Spalten von Holz benötigen. Dieses Modell besticht durch seine hohe Qualität mit einer unübertroffenen Kraft und Präzision, die es ermöglicht, das für das gesamte Jahr benötigte Holz leicht zu spalten und dabei hervorragende Ergebnisse ohne übermäßigen Aufwand zu erzielen. Ein Schlüsselaspekt des SF80 Rapid 2220 ist sein innovatives, patentiertes Verriegelungssystem. Dieses System, das Ergebnis fortschrittlicher Technologien, stellt sicher, dass der Stamm während des Spaltvorgangs sicher verankert ist, wodurch maximale Sicherheit gewährleistet und das Risiko von Unfällen minimiert wird. Bei genauerer Betrachtung der technischen Daten bietet dieses Produkt einen Zylinderhub von 50 cm, was eine vielseitige Handhabung von Stämmen unterschiedlicher Größe ermöglicht. Die Schnitthöhe von 54,5 cm ermöglicht das Spalten auch von besonders großen Stämmen, während der 8 Liter Tank einen reibungslosen Betrieb gewährleistet und Unterbrechungen minimiert. Der verstellbare Säulnhub garantiert Anpassungsfähigkeit und Präzision und mit einem Gewicht von 112 kg ist das Design perfekt ausgewogen zwischen Stabilität und Handhabung. Die Schubkraft von 8 Tonnen und eine feste Stützfläche vervollständigen das Bild eines hochmodernen Geräts in der Holzspaltbranche. Qt.